Ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich meiner Umwelt nichts mehr bedeute. Du bist ein unglaublich sensibler Mensch, der Freude-Freude-Gefühle bei seinen Mitmenschen erweckt. Verzieh dich, Junge. Sanfte Grüße, Bürger. Wie geht es Ihnen an diesem glorreichen Tag? Sie sehen heute großartig aus. Ja, und ich bin auch gut drauf. San Angeles Information Network. Automatic Banking City of San Angeles. Verdammt, ich bin verhext. Mal sehen, ob ich auch Akkordeon spielen kann. Bitte geben Sie jetzt Ihre Daten ein. Dateicode akzeptiert. Friendly Edgar. Code Level 60. Strafregisterauszug. Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Hast du nicht diesen Gedanken, der sich in deinem barbaren Gehirn wiederholt? Der Name Friendly Edgar. Friendly. Hast du nicht einen Job zu erledigen? Musst du nicht jemanden umbringen? Feuerwaffe, Substantiv. Tragbare Waffe. Die Benutzung dieses Gegenstandes war weit verbreitet während der urbanen Kriege des späten 20. Jahrhunderts. Wird auch bezeichnet als Pistole. Hör zu, Kleine, ich brauch keinen Geschichtsunterricht. Also komm schon! Wo sind die verfluchten Kanonen? Sie bekommen eine Geldstrafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut. Fick dich ins Knie! Ihr wiederholter Verstoß gegen das verbale Moralitätsstatut hat mich veranlasst, das San Angeles Police Department zu verständigen. Bitte bleiben Sie bis zu Ihrer Maßregelung an Ort und Stelle. Na sicher doch. Die Wichser sind ja schon da. Schutz und Service sind vorgefahren. Vier Minuten 15 Sekunden sind verstrichen. Wahnsinniger ist gefährlich. Erbitte Anweisungen. Mit fester Stimme verlangen Sie, dass der Wahnsinnige sich mit den Händen auf dem Rücken hinlegt. Simon Phoenix, legen Sie sich mit den Händen auf den Rücken hin. Was soll ich? Ihr seid zu sechst und habt so hübsche, saubere Uniformen. Oh, ich hab ja solche Angst. Was ist los, Leute? Kennt ihr keinen Sarkasmus mehr? Wahnsinniger hat mit einer verächtlichen Bemerkung geantwortet. Gehen Sie näher heran und wiederholen Sie Ultimatum mit noch festerer Stimme. Fügen Sie die Worte hinzu oder sonst. Simon Phoenix, legen Sie sich auf den, auf den Boden oder sonst. Antikapital Activation Programm aktiviert. Dr. Vielen Dank.